Hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play DayZ Overwatch. Ja, ein langes Let's Play noch lang und deswegen nacht ich mich. Nimm einfach mal einen mit, und zwar den... Jan, servus. Genau. Ja, wir spielen, wie gesagt, heute DayZ Overwatch und ich bin... Ich hab keine Ahnung. Oben rechts steht's. In deinem... Ähm... Der Name fällt mir nicht ein. Die Waffe... Jetzt hab ich's. Aber das sieht aus, als wenn ich hier nach links laufen würde, würde ich nach Balota kommen. Ja. Das sieht da vielschausprechend aus. So, ich hab einen Taser und... Ohne Munition. Ohne Munition. Wenn du mal G drückst, siehst du, dass du hier auch zwei verschiedene Waffen nehmen kannst. Du kannst einmal auf Back... Für ein Backpack, dann Holding, das hast du in der Hand, und Carrying, das kannst du so mitnehmen. Dann kannst du so zwei Waffen mitnehmen. Zwei Primärwaffen. Ich hab keine... Ich hab keine Munition für den Taser. Nein. Wie scheiße ist das? Du hast wär los. Dann nehmen die CZ-550, dafür hab ich Munition. Was? Hast du keine CZ-550 am Anfang bekommen? Nein. Wie lustig. Color Corrections. Was sag ich denn hier, eine... Oh mein Gott, du kannst... Du kannst im Commandmenü, im Mausratmenü, kannst du deine... deine Sachen einstellen. Welche... Welche Farbe du haben willst. Okay. Ich hab verschiedene Farbstile. Wie gut ist das denn? Color Corrections. Waseland. 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 Alter, Wasteland. What the fuck. Color Buff. Was ist das? Tropical. Alter. Dark Drain. Flashpoint. Ich lass Flashpoint. Und ich hab ein Fernglas. Ich lass die Fold. Und was ist das? Ein Crossbow. Ich dachte, man kann... Kann man nicht zwei Waffen mitnehmen, zwei mehr Waffen hast du doch gesagt, oder was? Doch, kann man. Du musst aber die eine erst auf... Du musst aber die eine erst auf den Back machen. Ach so. Ja, Crossbow ist nicht so wichtig. Aua. Ach ja. Ach so, du kannst übrigens ein Fahrrad aufbauen, ne? Und einen Gyrocopter, wenn du einen Motor und einen Hauptrotor hast. Ja, ich gesehen. Braucht man da irgendwas für, um das aufzubauen? Ja, eine Toolbox. Die Toolbox verbrauchst du dabei. Du kannst auch wieder abbauen. Und ich mein, einen Gyrocopter, dafür brauchst du einen Hauptrotor und einen Motor. Ich habe eine SD-Waffe. Ich weiß aber nicht, wie die heißt. Die Pistole. Eine... Mk 22 SD. Und ich habe so komisch Kuhnesoda. Sieht lustig aus. Ich bin schon voller Eis, nur trinken. Uhr. Was braucht mir der Map, wie geil ist das denn bitte? Oh, mit der Toolbox, wie geil ist das denn bitte? Map. Okay, ich bin wahrscheinlich gleich bei Lothar, habe ich recht? Stützer, da habe ich recht. Ja, 500 Meter bis zu bei Lothar. Und in 1000 Meter Entfernung ist kein Spieler. Was ein Glück. Ich habe Terroristenklamotten gefunden. Wie viele Spieler sind bei dir in der Nähe von 1000? Ja, ich habe Terroristenklamotten. Das sieht ja mal richtig brutal aus, Alter. Was? Terroristenklamotten, so eine schwarze Sturmhaube und ein... voll komisches, so ein anderes Auto, das ist voll lustig. Ich habe diesen Standard des Setskin. Aber ich habe den Sniper, oh yeah. Ach, sag mal Civilian Klauschen, das will ich nicht. Wo willst du, Jan? Äh, in Ottmel. Nicht zufällig in bei Lothar? Nein, ich bin in Ottmel. Okay, ich versteck einer in bei Lothar, weil jetzt, wo ich da gerade hingegangen bin... Ähm, steht das so, Players within 1000 Meter 1. Wo ich in Richtung bei Lothar gerannt bin. Ich hoffe, da wird einer bei Lothar sein. Ah! Zombies hauen mich, böse Zombies. Aua. Und mein Fahrrad. Zombies tot. Fahrrad fahren. Aua, der hat mich vom Fahrrad untergeschlagen. Löse Zombies. Das macht doch einfach so eine Bürokopte. Ich brauche auch einen Hauptrotor und einen Motor dafür. Ach so. Und das Fahrrad braucht man nix, oder was? Äh, der hat auch die Toolbox, aber das kannst du ja wieder abbauen, das Fahrrad. Läuft. Ich bin im Hintergrund, dass eine Eminem Survival hören läuft. Hehehe. Das passt irgendwie voll zu der Set, finde ich. Ah ja, verhaftet. Vom Namen her schon, von der Musik kann man sich jetzt drüber streiten. So, das geht. Es gibt schlimmere Musik zu der Set. Wrecking Ball? Ja. Zum Beispiel. Ich bin Panzerschöpter auf der Straße. Da ist meine Viewing Distanz komplett hochgestellt. Frames bleiben konstant. Finde ich gut. Das sieht ja komplett anders aus, man. Ich hab das alles komplett anders in Erinnerung. Warning, you might get lower FPS. Ja, ich hab das Problem, dass ich 31 FPS zu 30 FPS hab. Oh ja. Wie schlimm. Vor allem, lower FPS. Ja, ich hab 10 mehr. Ist so. Wo ist ja der eine Spieler, man? Ich hab ne HK417 CQB gefunden. Das finde ich jetzt toll vom Spiel. Ich krieg gleich Panik, Alter. Hier ist ein Spieler. Und du weißt nicht wo. Ich hab ein 20er Magazin. Nein, ich werde sterben. Wäre gar nix neus. Und ne Winchester. Wäre ja nix neus, wenn du stirbst, ne? Erinnere dich mal an vorhin. Zelle und so. Oh ja. Hatte ich schon erwähnt, das wird das Overwatch spielen? Ja, hat so am Anfang. Echt, das habe ich schon wieder vergessen. Oh, ich hab Motor. Was braucht man nochmal für diesen Gyrocopter? Wie kann ich, wie kann ich auch, äh, Curry machen? Was? So, was braucht man nochmal für diesen Gyrocopter? Keine Ahnung. Wie, wie hast du deine Waffe auf dem Rücken nehmen können? Ich hab gar nicht gemacht auf dem Rücken. Wohin, da werden Rucksack hinpassen. Wohin, ich hab gleich mal mitnehmen, wenn ich grad irgendwelche Tiere, ähm, aufstützen will. Ja, rechts liegt wie denn sonst. Ja, rechts liegt wie denn sonst. Was ist MRE? Ihan! Was denn? Was ist MRE? We're ready to eat. Das ist was? Essen. Okay. War das so schwer? Warum bin ich in Combat? Hm. Wie viele Waffen hier einfach liegen? Du hast schon eine Waffe? Hier liegen vier, ich hab auch, weil es sind vier oder fünf Waffen. Also gefunden, mein ich. Ja, mein ich ja. Das ist ja. Knoblauch. Die ist so nicht normaler bei Lothar. Aber, Lothar, er fühlt dich nicht mehr durch. Das so nicht normaler, Alter. Das so nicht normaler, Alter. Das ist doch so nicht normaler. Ich hab's mal gemacht, Alter. Polizei, die Mario, die Mario, die Mario auch immer um mit mir zu ejecuten. Da sind 1000m 1. Das ist doch nicht toll. Was? Nee, okay. Was will ich in der Deck verarbeiten. Ist so. Warte, es ist nur ein Spieler in deiner Nähe? Auf Meter, ja. In Elektro? Ja. Ja, aber mir auch und ich bin in Ballot. Oh, ne, jetzt nicht mehr, cool. Der war schon in Cerno. Ja, wir sind zwei in meiner Nähe. Ein bisschen mehr rief viel Spaß. Schau, dass hier nicht so ein Flugzeug ausgespawnt ist. Fände ich gut. Ich werde mich jetzt mal hier verbarrikadieren, weil ich muss mal ganz, ganz, ganz kurz auf die Toilette. Und was, wenn du dabei stirbst? Werde ich dabei, das ist mir relativ egal. Nein, Alter. Abbrechen. Ja, geil, hier ist überhaupt nichts gespawnt, man. So, ich bin mal ganz kurz auf die Toilette. Oh, bis gleich. Ich bin ganz allein. Ich bin ganz allein. Ich bin auch allein, durch die Wildnis von DayZ schlagen. Wollte ich mal items in so einen Scheiß ausbauen, da. Feuerwache. Ich bin ganz allein. Oh, zwei Spieler in tausend Meter. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Dimitri. Warum ist vorne denn nix? Oh, hier ist was, oder? Ne. Das ist das Spiel, was in der Luft. Das sah so aus. Hallo, hallo. Ich mag euch auch. Ich würde scheiß Rucksack. Kann ich das aber Rucksack nennen? Hier ist irgendwie nix. Das ist etwas so auf dem Thema. Was ist das da hinten? Erstmal hin da. Zomisch scheint auch aber nicht groß aufgewächter Zeit zu haben. Oh, ja, das ist ein Spieler. Oh, ja. Oh, ja. Schnell rennt.